Es war unglaublich schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Für dich? Ja. Für mich auch. Was unglaublich schön. Ich habe das nie in meinem Leben erlebt. Ich habe Mitleid mit meinem ägyptischen Freund. Das war so süß. Ich habe öfter ganz kalte Temperaturen in Norwegen erlebt. Wie viel Grad? Manchmal auch minus 10, 20. Das ist maximal? Das ist maximal. Ich bin mal Langlauf gelaufen bei minus 30. Also 0 Grad geht, wenn man sich richtig anzieht. Ja, wir sind Nachbarn mit Jonas, ne? Ja. Ey, nein, Bärz!